Ah, das ist ja natürlich blöd. Spiel mit Yves. Spiel. Spiel, glaub mir. Was? Mach dich glücklich. Das Spiel. Mach ich auch. Ich post natürlich, äh, mach ich ja natürlich noch Fliesentische hin, überall. Das sind ja noch keine. Doch, ein paar hast du schon, aber das sind die Gestisselten hier, die... Mhm. Wenn man in Fliesentische... Ah, ich hol mal noch Endstone. Stimmt. Mach' noch einen hin. Dann mach' ich hier noch einen hin. Nice. Mach' noch einen hin. Müssen wir jetzt mal ein bisschen Lücken füllen hier, ne? Jetzt wird das ja hier nie voll. Mhm. Auch ein Fliesentisch hin. Dann hab' ich hier noch pinke Wolle. Danke, x das Mensch, für eine Euro. Hier noch eins Geld. Eins Geld. Danke für eins Geld. Ich freu' mich auch sehr über eins Geld. Hm. Ist da schon ein Glas? Ne, da ist noch kein Glas. Ähm, wundern. Guck mal, mach' ich Wasser direkt hier, dann kann man da reinhüpfen von der Lava. Mhm. Aha. Alles klar ist. Was labert die Alte? Okay. So. Au. Oh, ich hab' noch, wo soll der Eisenblock hin? Ist egal, oder? Ja, ja, mach' einfach. So wie du denkst. Oh fuck, wo ist meine Axt? Ah, die hab' ich, glaub' ich. Das sieht einfach so schön aus, ne? Mhm. Ich find's auch echt nice. Oh, ich möchte meine ganze Wohnung so ist. Eisenblock kommt. Ja, was Besonderes. Ne, machen wir den da hin. Mhm, 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 mhm. Da ist doch gar kein Fliesentisch, ne? Geht natürlich nicht. Och Gott, der tritt. Ja. Ne Kiste kann ich, äh, auch platzieren. Ach, da hast du auch schon ne Kiste, okay. Ne, da ist schon einer. Da ist auch schon einer. Dann mach' ich hier noch ne Kiste hin. Meinst du, wir müssen jetzt mal ein paar, ein bisschen füllen, so, mit, mit anderen Materialien? Wer ist denn noch auf dem Server, ist das Reol? Diorit? Ah, ja, da ist tatsächlich Reol. Granit? Das Light Blue haben wir auch noch nicht, glaub' ich. Muss die Musik leer? Was sagt Reole? Wow. Ich hab' mich vor allem hin und her geportet. Achso. Das ist natürlich total impressed. Sag mal, CS, Reol. Hast du noch mehr Schnee, vielleicht? Oder Eis wär' halt wirklich cool, ne, aber das hat er ja nur... Eis war mach' er. Leider. Was ist das denn für'n Glas? Oh, komm' dann. Achso, komm' dann. Okay, ist das. Unter ne Falltür ein Creeper. Ah, ist auch nicht schlecht. Ja, aber die ist worden. Achso, ja gut. Warum leuchtet hier schon wieder die Werbung? Wir wollen keine Werbung jetzt. Ähm. Oh, das ist... Eigentlich müssen wir das jetzt einfach mal damit auffüllen, weil das sieht ja schon echt sehr, sehr geil aus. Bisschen mehr Glas noch vielleicht rein. Oh, ne, das wollte ich eigentlich da nicht, das ist zu nah einem anderen dran. Hm. Ähm. Was machst du? Achso, bist du im Netter, oder? Nene, nene, nene. Ach, du kommst da. Nenn wir dann da. So. So, ich hab Endstalk geholt. Warte, in der Kiste hier ist nix drin, gell? Da mach' ich mal ganz... Da mach' ich mal Chorus Flowers rein. Okay. Okay. Na so. Nein, ihr wollt... Genau, WWKW. Wir wollen keine Werbung. Später erst wieder. Das ist voll doch schon wie so ein Game. Oh nein, jetzt hat mich was gehauen und es war bestimmt der unsichtbare Petrit oder so. Echt? Du hast echt nicht? Ist es Petrit? Ist er hier? Wir bauen, für alle, die sich das fragen, wir bauen hier ein Spielfeld. Für ein Spiel, wo wir uns noch nicht ganz sicher sind, wie es heißen wird. Aber es wird sich in erster Linie... Es wird toll. Es wird richtig toll. Es wird richtig, genau. Richtig tool. Und zwar geht's darum, dass man sich mit diesen Chorus Plans, mit diesen Chorus Früchten, die teleportieren einen ja im Umkreis von zehn Blöcken und die isst man dann, indem man hier oben drauf steht und wird dann irgendwo hin teleportiert und kann dann entweder was gewinnen oder muss eine Aufgabe erfüllen oder stirbt, vielleicht sogar auch. Genau, das ist das Spiel. Und das kann man mit mehreren spielen. Vielleicht machen wir auch sowas mit einer Punktetafel oder so, dass man hier Punkte sammeln kann. Genau, man könnte das ja alles mischen. Die Ideen, die wir hatten, können wir mischen, dass man vielleicht was gewinnen kann, dass man eine Aufgabe erfüllen muss und dass man Punkte sammeln kann. Also das ist sozusagen, man kann direkt was im Spiel gewinnen, aber man kann auch Punkte sammeln und am Ende was gewinnen. Danke, Classic Man für eine Spende. Ich weiß, ähm, es ist vielleicht für manchen ein bisschen früh, aber ich werde den Stream jetzt dann beenden. Ja, ich streame schon seit 16 Uhr, der Stream sollte eigentlich um 20 Uhr enden, ich streame schon eineinhalb Stunden länger. Ich bedanke mich an alle, die dabei waren und ich bedanke mich auch bei Eve für die vielen Ideen und so und das Spiel bauen wir dann weiter, würde ich sagen, demnächst. Machen wir zusammen dann, ne, oder? Ja, würde ich auch sagen, in der Folge und ich muss dich sowieso, äh, ja, einstellen. Ja, stimmt. Und, äh, ja, wundert euch nicht, äh, falls ich noch auf dem Server bin, ich nehme dann die Folge für morgen an, äh, auf, weil, äh, ich muss noch drei Videos für morgen produzieren und ich muss morgen wieder früh aufstehen. Yay! Also dann, äh, geht ihr jetzt alle rüber zu Eve und schreibt der Eve ein Herzchen in den Chat. Oh, und, äh, würde ich sagen, danke an Eve, war cool mit ihr und tschüss. Danke auch an dich. Tschüss. Bis jetzt dann noch kurz in den Besuch. Ne, ne, ich gehe jetzt. Ciao. Okay, tschüss. So, Leute, ähm, jetzt sind wir wieder alleine. Äh, jetzt kann uns Fettere töten und niemand wird uns helfen. Ähm, ich baue das natürlich, ähm, mit Basti weiter. Das bauen wir jetzt nicht alleine. Oh, guck mal, Herzen. Oh, voll schön. Ich gehe jetzt mal wieder zu mir nach Hause, weil wir bauen jetzt erstmal gleich bei mir auch diesen kleinen, rammontischen, ähm, Platz weiter. Wie gesagt, das Spielfeld, was wir ja angefangen haben, das, äh, bauen wir dann zusammen natürlich weiter und, ähm, machen dann auch irgendwie unser schönen, ähm, Strip-Club-Einstand oder, wie soll ich sagen, Bewerbungstanz? Was, kennt ihr das in so Filmen, meistens in so Gangster-Filmen, wo die Frauen ins Strip-Club kommen und müssen sofort tanzen? So was, ne? Guck mal, dass der Felix kommt sogar. Ob der sein Panic Room schon kennt? Ach, weil, wisst ihr, was ich immer mache? Ich wollte mal gucken, ob bei Nico der Panic Room, den wir angefangen haben, noch da ist. Häh! Ich hab... Da ist doch... Mann, das ist die Grinsekatze, oder? Was ist das? Das sieht doch total cool aus. Ich möchte es mir angucken, aber ich habe Angst, dass, wenn ich es mir angucke, dass ich dann tot bin. Was ist denn das Cooles? Ja, ach komm, Petrit, ehrlich. Weißt du, du kannst alle trollen und du trollst, du trollst die, die am wenigsten hat und die sowieso schon so oft... Das war bestimmt Petrit. Reparier ich gleich. Erinnert mich bitte dran. Ne, das möchte ich natürlich nicht so hinterlassen. Sehr schnell nach Hause und schlafen. Es ist ja jetzt dunkel, damit ich mal da spawne, weil ich spawne immer noch bei Skate oben im Haus. Ich baue jetzt gleich erstmal entweder den Platz da unten oder ich baue das Detektivbüro, die Detektal... Guck mal, was hier wieder los ist, hey! Danke, Pimmelperger, für deine Donation. Vielen Dank. Du 31er lädst mich nicht mehr ein. Achso, hat er Geburtstag gehabt oder was? So. Erstmal unser Zeug safe. Ich gehe mal gleich kurz mit mir ein Butterbrot machen. Ach, guck mal, das ist immer noch nicht abgelaufen. Scheiße! Aber ich habe doch keine Quelle hier platziert. Jetzt läuft es ab, okay. Achso, jetzt... Shit, was habe ich denn da? Das ist... Ist das Clay? Ne, es muss Granit. Granit. Habe ich, glaube ich, nicht mehr. Habe ich überhaupt noch Granit, um das Loch wieder zuzumachen? Ah, das ist Granit. Das muss ich braten, ne? Aber natürlich auch keine Kohle mehr. Oh man! Doch da. Warum ich so viele zuschaue? Ich glaube, es liegt daran, dass zum Beispiel Rewi nicht streamt und dass da viele jetzt hier gucken. Vielleicht, würde ich jetzt mal sagen. So, jetzt machen wir... Ne. Das geht so gar nicht. Das geht so... Warte. So. So. Polished. Scheiße, wie kriege ich denn Smooth hin? Im Craftingfeld. Zweimal zwei Blöcke. Ja, aber das... Guck mal. Dann ist das Polished. Ich will ja Smooth haben. In einem Viererfeld anordnen. Hm. Oder so. Hoppla. Ne, das ist Quatsch. Äh. Zweimal zwei. Das gibt ja Polished. Ich will ja kein Polished. Ich will das Moves. Vier mal vier. Vier mal vier geht ja nicht. Warte mal, ich kann mal kurz... Ähm, Moment. Ich geh mal hier kurz raus. Ähm. Ich geh mal kurz eine Schlitte machen, ein Butterbrot machen. Dann bin ich sofort wieder da. Vielleicht esse ich das ja dann auch hier, aber mach dann die Kamera aus oder so. Ich bin sofort wieder da. Falls Leute fragen, bitte sag, dass ich gleich wieder da bin. Bis gleich. Tschüss. Dann geh ich an aufs Klo. Mach's sehen. Tschüss. 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 Hallo. Ach, kurz. Ist der Sound weg? Hilfe, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Höre ich gerade gar nichts? Da, Felix. Warum höre ich denn gerade gar keine Musik mehr? Und ich höre kein... Wollen wir mal hier auf Play? Also, äh, äh, ich esse noch, deswegen mache ich mal die Kamera noch nicht an. Doch, jetzt kommt die Musik wieder. Yeah, da sind wir wieder am Stissel. Jawoll. So, was macht der Felix hin? Was machst du? Streamt der eigentlich? Streamst du auch? Oh, ein Huhn. Och, süß. Ein kleines Chicken. Bisschen mit dem Gleiter durch die... Ach so, hat der... Hä? Wie? Hat der in die Tasse? Ne. Ah, ist bei Petit. Okay. Woher hat er die denn? Hat er sich auch gef... Äh, äh. Ja, ihr hört noch alles, das ist richtig. Die Facecam habe ich nur noch nicht an, weil ich jetzt noch von meinem Brot abbeißen werde. Und ihr müsst mir sagen, wenn es eklig ist, dass man es hört. Okay. Mh. 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 Essgeräusche. So geil, ne? Sander hat es ihm geschenkt. Warum schenkt mir denn sowas keiner? Mh. Naja. Mh. 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 Hast du die Wege hier bei dir gemacht? Mh. Mh. Hoppla. Ja, mit Spark. Ähm. Die Facecam kommt gleich wieder, wenn ich mir die Reste aus den Zähnen rausgepoolt habe. Beziehungsweise ich esse ja noch. Mh. Mh. Ah. Manche Leute finden das total eklig, wenn man so Es-Geräusche macht. Das kommt drauf an. Manchmal finde ich das auch eklig, wenn sowas so schmatzig ist irgendwie. Hm. Hm, hm. Vielleicht kann ich ja mal bei Felix und Petrit... Läuft ja immer noch, ich hab der Scheiß natürlich... ...ins Stream gehen, weil dann trollen die mich vielleicht nicht mehr. Weißt du? Und hört mal auf mit dem 100-Euro-Dings, ich seh das so hier neben mir bei Donations. Ihr süßen kleinen Krawatten, ihr. So, guck mal, jetzt räumen wir erstmal wieder was da auf. Hm, Xcrafter LP hat 1 Euro donifiziert. Ich bin Pimmelberger, lies meine Spende vor. Die letzten drei bitte. Ach, du bist Pimmelberger. Ja, nee, das möchte ich nicht alles vorlesen. Das war nicht so nett auch, oder? Oh, das war sehr... So, das eine war jetzt die Kruste, die ich gegessen habe. Boah, das ist so lecker. Ich hab das bei Twitter letztens mal gepostet, dass ich das leckerste Brot EU-West gefunden habe. Und das ist das tatsächlich. Warte, ich zeig euch das kurz. Und dann mach ich die Kamera wieder aus. Und dann esse ich das. Moment. Hm. Und so käme an. Aber wahrscheinlich sieht man das gar nicht mehr. Ich halte das mal in die Kamera. Das ist so geil. Das ist so total kross außen. Das ist jetzt Belag drauf. Das ist total kross außen. Und innen drin sind Walnüsse. Und das schmeckt so lecker einfach. So, jetzt mach ich keinem wieder aus und ess das. Und was ihr das hört. Warte. Hm. Oh, nicht mehr ganz so kross. Hm, hm. Ich esse nicht vor der Kamera. Das macht man nicht. Danke, Paco. Volleck-Hebz. Für einen Euro. Hm. Hm, Nutella-Brot. Oh, geil. Das schmeckt bestimmt mega lecker mit Nutella. Dann mach mal eben... Alles wieder einrichten. Nussbrot, genau. Oh, ja, da. Mettbrötchen. Hätte ich jetzt gern ein Mettbrötchen. Ah. Das muss ich wieder weg. 30 Millionen Spende. Krass. In keinem Chat darf man so viel Ferkelwörter sagen wie hier bei Yves. Ja, ich denke mir immer, wenn das nicht zu böse ist und jemanden persönlich angreift, dann kann man ruhig ein bisschen rumferkeln hier im Chat. Die Leute, wenn man dann sagt, komm, jetzt reißt euch mal zusammen, dann machen sie es ja auch. Macht er ja dann auch. So, jetzt gehen wir wieder rein und sehen uns hier nochmal das Desaster an. Eigentlich könnte Petrit das mal wieder aufräumen. Petrit. Hä? Ist der Chat ausgewählt? Nee. Baue mal wieder auf, was du zerstört hast. Ähm. Ähm. Ja. Facecam ist aus. Hört ihr mir überhaupt zu? Oder habt ihr nur das Bild? Facecam ist aus, weil ich gerade ein Butterbrot verknüse. Wir können aber jetzt erstmal alles, wo Leck das hat. Meinen... Oh, wie ist denn das jetzt hier? Meinen Kistenraum. Leckt Gott sei Dank überhaupt gar nicht. Ich räum das mal hier wieder weg. Ja, lol, später. Was, lol, später. Ach, komm, das ist doch jetzt... Wann kommt denn ein Restart wieder? Moment, ich muss kurz das Bild suchen. Eine Viertelstunde. Hm. Bei Rewe wird gerade eine Bombe entschärft? Alles klar. Ja, es leckt gerade ein bisschen. Eve, du bist doch Vegetarierin, oder? Nee, bin ich nicht. Ich bin Flexi-Veggie, würde ich jetzt fast sagen. Och, da geht Petrit wieder. Toll. Was heißt Flexi-Veggie? Ich esse sehr wenig Fleisch. Aber mir schmeckt Fleisch. Und ich esse auch Fleisch. So, packen wir es mal alles wieder rein. Für den Fall, dass wir sterben. Jetzt esse ich mal hier auf. Komm. Mh. Mh. Mh, mh, mh. So. Das weg, das weg. Komm, dann machen wir auch da rein. Das Essen, das helfen wir auch mal ein bisschen. Vor allem die Chorus-Fruit. Für der Bastia eine Farm. Mh, machen wir es weg hier. So. Na gut, das Eisenzeug ist jetzt nicht so krass tragisch, aber jetzt haben wir auf jeden Fall zumindest ein leeres Inventar. Und jetzt geben wir Petri. Ach, wir können wir kriegen, denn ich kriege den ja nicht kaputt, ne? Lass mich mal aufessen mit hier. Ja, ja. Mh. 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 Oh, sorry. Da schreibt gerade einer, der kann nicht essen gerade. Ja, komm ich jetzt jetzt auf. Aber warum muss ich, weißt du, hier noch Hektik machen, ne? Hört man das? Mh. Mh. Danke. Wenn man was essen kann. Die Face... Also, hört ihr mir überhaupt nicht zu? Wenn wir übrigens nachher keinen finden, der noch GTA heute Abend spielen möchte, dann können wir alle mal zusammenspielen. Dann, äh, machen wir schöne Sachen. Mh. So. Was frisst schneller, sag mal, geht's? Dann machen wir die jetzt mal aus. Ja, die Facecam ist weg, weil ich gerade was genommenst habe. Jetzt muss ich mir noch die Reste zwischen den Zähnen wegpulen. Mh. Mh, mh, mh. Ach, Petrit erzählt wieder Geschichten. Äh. Moment. Was machen die denn eigentlich? Soll ich mal gucken, was die machen? Petrit left the game. Glaub, der hat andere Props. So, okay, komm. Alles klar, Mund abgewischt. So, das ist gar kein Problem. Wie B. Äh, Re. Hm. Kann ich noch nicht mal in Ruhe ein Butterbrot essen, Leute. Das gibt's auch gar nicht mehr. Ich geh jetzt mal gucken, was Petrit gebaut hat. Ob er was gebaut hat. Petrit joint the game. Leckt Gott sei Dank auch nicht. Das finde ich übrigens gar nicht so schön. Oh, guck mal hier auch. Oh, Mensch, das ist ja wunderschön. Danke, Lehrtür, für einen Euro. Mega cool. Es blieb's noch weiter so. Muss leider gleich weg. Schade, aber danke, dass du da warst. Vielen Dank für deine Donation. Hab einen schönen Abend. Schlaf gut. Und starte gut in den Mittwochmorgen. Oh, guck mal. Ein Traum. Der Petrit. Das ist nämlich einer, der hat verstanden, was Architektur bedeutet. Granit 2 plus 2 machen und bekommst du Polished Granit. Ich will ja nicht Polished. Ich will Smooth haben. Achso. Achso. Ah, danke, Schokokeks. Machen wir das schnell. Ich muss das blöde Loch da in der Wand mal reparieren können. Siehst du, das ist ja manchmal, ich guck dann rein. Entschuldigung, ich hab noch das beste Brot der Welt zwischen den Zähnen kleben. Ich guck dann in den Chat rein. Und dann steht da, das musst du machen. Und der zweite Schirrt, wenn er dann da nicht nachsteht, dann krieg ich den schon nicht mehr mit. Ne? So. Du hast eine mega weiche und beruhigende Stimme, wenn man das mal sagen darf. Oh, vielen Dank. Zwischendurch früher, als ich jünger war, hab ich mal gedacht, ich hab voll die nicht so schöne Stimme. Guck mal, ich seh da hinten einen Name Tag. Da unten irgendwo. So weit weg? Ist das Felix? Ne, doch. Er leckt sich so zu Petrit hin. Ich weiß gar nicht, soll ich die nachher mal, wollen wir noch alleine weiterspielen? Oder wollen wir dann nachher mal gucken, was die machen? Ich weiß ja nicht, vielleicht wollen die auch alleine sein. Kann ja auch sein. Ich möchte ja immer sehr rücksichtsvoll sein und mich nicht da aufdrängen. Vielen Dank, Barodomi, für deine Ein-Euro-Spende. Jetzt fehlt nach dem Essen noch so ein Kungar-Röpser. Ne. Röpsen würde ich niemals vor der Kamera. Also es sei denn, es ist mir schon mal in Let's Plays passiert, dass ich so ausstoßen musste. Das war mir sehr unangenehm. Und habe es dann auch nicht mehr gefunden zum Rausschneiden. Ah, das Loch bei Rewis Treppe. Ah, danke. War das Cleanstone oder war das Cobblestone? Zu denen, zu denen, zu denen, zu denen. Okay, dann müsstet ihr die mal fragen. Oh. Ich glaube, es war... Wupsi. WB-Zienüsschen. Ja, es leckt gerade kurz wieder. WB-Zienüsschen. Ja, ich lasse mich echt von allem ablegen. Das ist ganz schrecklich. Aber hier mit dem scheiß Leck, das ist auch nicht schön. Also was ist jetzt bei Rewi? Ist Cobbl, ne? Cobbl, okay. Ähm. So, jetzt habe ich aufgestoßen, aber habe es... Was wollte ich noch? Ach so, ich wollte den Cleanstone machen, ne? Äh, den... Ach, das ist ja... Smooth Granite. Also, ihr meint also, man muss erst den machen, den Polished, und dann... Nicht wirklich, ne? Zweimal zwei. Hm. Oh, da muss man das... In sechs Minuten ist Restart okay. Ich glaube, Felix streamt nicht, oder? Ne, der hat vorhin gesagt, der ist bei Petrit. Sag mir... Ja, mache ich jetzt die Treppe hin. In der Zeit könnt ihr mir nochmal schreiben. Tanki-Tuber. Ich habe dich erwähnt. Was ist... Das ist doch immer so gar nicht so toll, oder? Einfach nur erwähnt werden ist gar nicht so toll. Drei mal drei? Drei mal drei? Okay, alles klar. Versuche ich gleich mal. Gute Nacht an alle, gute Nacht. Der Nils. Ich kann das immer... Also, blau... Ich habe das da auf dunkel gestellt, ne? Den Chat. Und dann kann ich im... Kann ich blau ganz schlecht lesen? Es gibt kein Smooth Granite. Hä? Was hatte ich denn da in meiner Wand? Polished und Smooth ist das Gleiche. Echt? Was? Was war das denn? Was? Ey, nein! Ernsthaft jetzt? War das... Wer war das? War das ein Unsichtbarer oder war das ein Mob da oben? Ah, bitte nicht. Was hat sich hier im Dunkeln dazu machen? Da ist doch gerade einer... Da ist doch gerade einer hergeflogen. Wo war das... Das Loch in der Treppe, Leute. Wo war das denn? Da oben? Hier. Ach, hier war das, genau. Ach, scheiße. Da brauche ich Slaps für. Kann ich die hier machen? Ne, die muss ich an der Workbench machen. Da brauche ich... Eins, zwei... Hat das schon einer repariert? Oh, ah, oh, ah. Ah, ich bin doof. Ich bin dann auch mal so ängstlich, weißt du? Oder ist das... Ja, Felix, hilf mir! Scheiße. Ah! Hä? Was? Ach, TeamSpeak. Okay. Warte, ich muss mich jetzt erstmal... Ich muss in Panic Room, glaube ich, schnell gehen. Ich muss schnell in Panic Room gehen. Ich habe voll Panic. Und dann gehe ich mal auf TeamSpeak. Habt ihr dem jetzt jetzt ges... Ach so, oder hört er zu? Ich muss mich schnell verstecken im Panic Room. Ah, warte, falsch. Oh, endlich entspannen. Okay, Rotpilz.de. Habe ich den hier drin? Mann, ich kann unter... Weil, wenn ich alleine spiele und sowas, dann bin ich gar nicht so kacke. Kann jetzt jeder sagen. Boah, jetzt bin ich auch im TeamSpeak drauf. Äh. Ja, ich bin jetzt drauf. Ich lasse jetzt einfach mal hier... das so mochen. Okay, wir sind jetzt in Panic Room. Jetzt kann nichts mehr passieren. Okay, das Loch habe ich repariert. Ähm. Hoppla. Ah, Green Jens hat abonniert. Uh, ja, herzlich willkommen. Und vielen Dank für deinen Sub. Uh. Ja, geil. Gib demnächst E-Mail. Ich weiß noch nicht, was ich reinschreiben werde. An alle Subs. Alle Subscriber kriegen dann irgendwas. Vielleicht ein Bild. Tschüss. guck 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 guck.